Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 3, wo wir unserem Vater helfen wollen, die Schaltkreise wieder einzustellen, weil das wurde hier irgendwie mal überflutet und wir müssen Strom wiederherstellen. Dafür müssen wir erstmal... Sind wir hier überhaupt richtig? Ja, sind wir. Ich war mir ziemlich unsicher. Wir müssen also die Schaltkreise irgendwie umlegen, damit wir mit der Station wieder voll arbeiten können. Dafür müssen wir erstmal hier hin. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder hoch. Die Sicherung beschaffen. Die hätten wir auch gleich mitnehmen können, aber gut. Er wusste ja vielleicht vorher nicht, dass es da kaputt ist. Na gut, jetzt gehen wir wieder hoch. Zu Papa holen die Sicherung, gehen wieder runter, setzen die Sicherung ein. Ist natürlich ein doofes hin und her. Aber gut, gibt Schlimmeres. Es sind schon weitere Orte hin und her gereist. Ist ja alles direkt ums Eck. Hätten ja ruhig bis zur Kellertür entgegenkommen können. Ich habe viel Gutes über dich gehört. Ist das wahr? Hast du wirklich die Bombe in Megaton entschärft? Ich hoffe, es ist gut bezahlt. Was kümmert dich das? Ja, ich habe die Bombe entschärft. Ich bin sehr stolz auf dich. Auch wenn du dich in Gefahr begeben hast. Sei da draußen bitte vorsichtig. Das ist eine gefährliche Welt. Wesentlich gefährlicher als alles, was die Menschen in der Vault darüber wissen. Hast du da etwas von Sicherung gesagt? Genau. Durch die Überschwemmung sind ein paar der Sicherungskästen unten durchgebrannt. Einer davon steuert bestimmte automatische Türen. Hier, nimm diese Sicherungen. Der Kasten befindet sich hinten im unteren Kellergeschoss im östlichen Teil des Stockwerks. Sobald du die Sicherungen ausgewechselt hast, kannst du den Zentralrechner erreichen. Okay. Ja, wir wissen, was wir tun sollen. Sei vorsichtig, mein Sohn. Ach, das kriege ich schon hin. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ist ja nur eine Sicherung einbauen. Wie gesagt, wir haben eine Atombombe entschärft. Das ist sogar ziemlich am Anfang. Was total unlogisch ist, dass wir aus der Vault rauskommen und mal eben eine Atombombe entschärfen. Aber gut. Hey. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir wieder die Maschinerie zum Laufen bekommen. Das ist jetzt momentan das Wichtige. Wir müssen also im östlichen Teil... Das ist... Naja, hier auf der Karte eher der nordwestliche Teil. Aber gut. Da gehen wir mal hin. Das müsste... Ich bin einmal falsch gegangen. Ich hätte auch andersrum gehen können. Naja, gehen wir halt so rum. Halb so wild. Hier haben wir die Sicherung. Die neue Sicherung muss das mit Zugang zum Zentralrechner haben. Du brauchst nicht zum Kontrollraum zurückgehen. Also, dann kannst du direkt hinfahren. Okay. Jetzt zum Zentralrechner. Der war ein Stockwerk höher. Auf der gegenüberliegenden Seite direkt. Das war die Türe, die verschlossen war vorhin. Beziehungsweise für euch in der letzten Folge, glaube ich. Ja, hier. Sehr schön. Oh, nix. Schade. Hm? Nudeln. Die sind bestimmt noch haltbar. Haben wir hier sonst etwas? Nix versteckt? Nein. Schade eigentlich. Na gut. Zentral. Machen wir mal an. Äh, gut. Ich sehe dich dann, wenn du zurückkommst. Das war am Eingang des Museums. Naja, wie gesagt, wieder ein Hin und Her. Aber das sollten wir auch hinkriegen. Einmal hierhin. Was ist denn denn auf einmal hergekommen? Auf einmal aufgeploppt? Hallo. Ja, du mich auch. Hallo. Und dann wieder so unfreundlich zu uns sein. Da hinten haben wir das Rohr. Hier. Ob das nur Müll? Kein Wunder, was hier alles liegt. Aber okay, wenn das mal komplett überflutet war, kam mir das ein oder andere halt durch. Dann drehen wir mal. Zwei Vertibirds. Zum Kontrollraum zurückkehren. Bewaffnete Gegner. Das ist nicht so gut. Ich wähle mal eine andere Waffe aus. Oh, wir kommen da nicht durch. Oh Mann. Jetzt müssen wir einen komplett anderen Weg dahin gehen. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Leider können wir nicht noch schneller gehen. Ah, da werden wir schon beschossen. Oh Mann, die halten verdammt wieder aus. Soldate-Enklave. Wir haben immer diese Scheißroboter gehört, die mit dem Radio, die so Enklave-Müll gesendet haben. Und jetzt haben wir hier die Übeltäter. Also von wegen, die sind die guten. Ich nehme die Flinte dann doch jetzt. Weil unsere jetzige Waffe, der Infantierer, ist nicht so gut. Da brauchen wir wohl stärkere Geschütze. Okay, das Gauss-Gewehr könnte auch Abhilfe verschaffen. Gut, das hatten wir schon. So, dann wollen wir mal auf nach oben. Oh Mann, der Angriff der Enklave. Was wollen die Schweine hier? Wir sind gerade erst hier. Und schon gibt es wieder Stress. Warte ab, mein Freund. Ja, komm, schieß. Nochmal. Mit der Stuhlfitte klappt das schon viel besser. Sehr viel besser. Und wir sind jetzt schon wieder überladen. Gut, das liegt daran, weil wir jetzt hier die ganze schwere Rüstung aufgenommen haben. Problem ist, wir haben ja natürlich auch noch Müll. Schmeißen wir auch mal eben weg. Und wir geben Jericho mal ein bisschen Kram. Ah, da schwebt das Klemmbrett. Auch nicht schlecht. Jericho. Wir müssen mal eben tauschen. Ja, ob du das so gern nimmst, weiß ich nicht. Das sehen wir jetzt. Dann kriegst du auch noch hier. Jetzt habe ich hier so ein blödes Schneidbrett mitgenommen. So, kriegst du noch ein paar Waffen. Halter mal Impulsmine. Jacke, wir behalten wir mal Plasmagewehr. Das ist natürlich richtig nice. Okay, mehr kann er nicht tragen. Dann ciao. Und er hat die Ausrüstung gewechselt. Das ist besser für ihn. Sonst hätte er ja das nicht angezogen. Also noch bessere Rüstung. Das ist natürlich schön einerseits. Aber schade um die andere. So, hat er das Plasmagewehr repariert. Das können wir dann nutzen. Ich gehe erstmal zu unserem Dad. Im Namen des Präsidenten wird diese Anlage hiermit unter die Kontrolle der Regierung der Vereinigten Staaten gestellt. Wer ist der zuständige Leiter hier? Treten Sie vor und übergeben Sie mir sofort das gesamte Material des Projekts. Das ist kaum möglich. Das ist ein privates Projekt. Außerhalb der Zuständigkeit der Enklave. Ich möchte Sie daher bitten, sich sofort zurückzuziehen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie hier verantwortlich sind? Ja, ich zeichne für dieses Projekt verantwortlich. Ich wiederhole. Hiermit befehle ich Ihnen, alle Materialien im Zusammenhang mit dem Aufbereiter auszuhändigen. Es tut mir leid, aber das... Darüber hinaus werden Sie die Enklavenwissenschaftler unterstützen. Die Kontrolle über die Verwaltung und den Betrieb dieser Anlage zu übernehmen. Körner, Sie sind doch Körner. Tut mir leid, aber die Anlage ist nicht in Betrieb. Das war sie nie. Ich fürchte, Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Zum letzten Mal. Treten Sie sofort ab und übergeben Sie uns die Kontrolle über diese Anlage. Körner, ich versichere Ihnen, dass diese Anlage nicht funktionieren wird. Es ist uns nicht gelungen, die Testergebnisse zu wiederholen. Ich schlage vor, Sie fügen sich umgehend, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Haben wir uns verstanden? Ja, Körner. Ich mache, was immer Sie wünschen. Es wird keine weitere Gewalt notwendig sein. Dann händigen Sie uns alle Materialien im Zusammenhang mit diesem Projekt unverzüglich aus und unterstützen uns bei der sofortigen Inbetriebnahme. Nun gut. Ich brauche nur ein paar Minuten, um das System hochzufahren. Meine Geduld findet langsam ein Ende. Beinahe fertig. Oh nein. Weg. Schnell weg. Diese Konsole ermöglicht die Einspeisung zusätzlicher Filtermedikamente. Nein. Nein. Wir haben ihn gerade gefunden. Und nun. Nun ist er wieder fort. Nur wegen dieser Enklave, Miss Kerle. James. Er ist weg. Wir müssen von hier verschwinden. Als nächstes werden sie uns an den Kragen gehen. Wir müssen sofort hier raus. Was zum Teufel ist gerade passiert? James. Ihr Vater hat eine Überlastung verursacht. Er opferte sich, damit die Enklave den Aufbereiter nicht bekommt und wir die Zeit zur Flucht haben. Es werden noch mehr kommen. Wir müssen hier verschwinden, bevor sie uns finden, sonst ist ihr Vater umsonst gestorben. Ich lasse meinen Vater nicht da drin zurück. Jetzt kann keiner mehr etwas für ihn tun. Die Strahlenbelastung da drin ist tödlich. Sie würden mit ihm sterben. Wir müssen von hier verschwinden. Und zwar sofort. Wie kommen wir hier raus? Vor vielen Jahren haben wir einmal einen alten verlassenen Tunnel als Fluchtweg benutzt. Der müsste leicht zu finden sein. Wir müssen sofort dorthin aufbrechen. Gehen wir. Ich werde dich rächen. Ich werde dich rächen. Es tut mir leid, Dad. Oh Mann, oh Mann. Gerade erst ist es unserem Vater wiedergefunden. Schon ist er tot. Hier müssen wir rein. Wir müssen fliehen, solange wir das noch können. Hallo. Was geht dort oben vor? Was ist passiert? Du Drecksack hättest sterben sollen. Gehen Sie nicht weg. Wir werden Sie brauchen. Wohin jetzt? Dieser Tunnel führt in die Zitadelle. Die Festung der stählernen Bruderschaft. Dort sind wir wahrscheinlich in Sicherheit. Falls wir es schaffen. Was ist da vorne? Sie wirken nervös. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worauf wir da vorne stoßen werden. Das ist das Problem. Diese Tunnels werden schon lange nicht mehr benutzt. Aber wir können nicht hierbleiben. Die Enklave wird uns irgendwann finden. Wir müssen weiter. Haben Sie einen Plan? Wir müssen zusammenbleiben und zusehen, den Tunnel so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Wir sind erst sicher, wenn wir das andere Ende erreicht haben. Gehen Sie nicht zu weit voraus. Wir bleiben dicht hinter Ihnen. Weiter geht's mir nach. Wir sind dicht hinter Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Okay, ich speichere mal. Dann wollen wir doch mal schauen, was uns hier erwartet. Fleisch und auf jeden Fall... Blöde Musik, die wir nicht brauchen. Ein klarer Auge. Stimpaks nehmen wir natürlich mit. Na toll, der Ausgang ist hinüber. Das konnten wir noch mitnehmen. Hier ist nur radioaktiver Müll, wie ich das sehe. Wir hören Helikopter oben. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, Sie haben Verstärkung bekommen. Wir müssen auf jeden Fall hier weg. Nehmen wir jetzt nochmal ein bisschen Krams mit. Wenn wir wieder überladen sein sollten, können wir wieder was wegschmeißen. Gut, nehmen wir auch mal mit. Nichts von Interesse. Na super. Ich nehme mir mal das Gauss-Gewehr. Lego-Anbissen. Und jetzt eines meiner anspornenden Zeichen. Jetzt nicht mehr. John Henry Eden. Wollte er sagen. Diese Drecksenklave. Da vorne ist eine verschlossene Tür. Ja, geht schon mal vor. Ich schaue mich hier mal kurz um. Ist hier sonst noch was von Interesse? Right away. Sonst nichts weiter. Noch ein Stift. Gut, den haben wir dabei. Das war jetzt wichtig. Na gut, dann schauen wir mal nach, ob wir die Türe dahinten öffnen können. Für die Herren. Oh, den haben wir aber sauber erwischt, du. Oh, den haben wir erledigt. Gauss-Gewehr hat das richtig gut. Das ist ja mein Hund in Ruhe. Wie viele sind denn hier noch? Alter, Schweder. Komm schon. Na, Mist. Ist der auch noch? Alter, wie viele sind denn da noch? Den hätten wir. Na, Kopfball grüppelt aber noch nicht tot. Der ist auch noch nicht tot. Ist doch gar nicht. Wie halten die denn aus, verdammt? Den haben wir verfehlt. Jetzt haben wir ihn, oder? Komm, zeig dich. Mist, Kerl. Komm, zeig dich richtig jetzt. Ah, Mist. Gut. Da ist der Kopf runtergerollt. Das war es immer noch nicht. Mann, 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 Mann. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Das war ja aus Versehen. Aber. Der Jerryquad hat die ganzen Granaten, oder? Hast du noch Granaten? Nein, der hat die natürlich jetzt alle weggeschmissen. Super. Weil da oben kommen wir nicht hoch, sonst würde ich da eine Granate hinschmeißen. Damit die Körperteile zerfetzen. Mein Gott. Dass wir dann Gulaich hier unten haben. Und die Sachen mitnehmen können von der Enklave. Weil so kommen wir sonst nicht an die Dinge heran. Chinesische Overwall. Interessant. So, jetzt aber erstmal hier reparieren. Sofern es geht. Und hier auch vor allem mal das Bleirohr kann weg. Vitrierer brauchen wir nicht weiter reparieren. Lasergewehr auf jeden Fall mal. Sturmgewehr brauchen wir auch nicht wirklich. Reparieren. Pümpel kann weg. So, dann schauen wir mal. Ach, die haben es da geöffnet. Okay, die Türe ist dafür zu. Sei froh, dass du das überlebt hast. Du Idiot. So wie er gegen unseren Vater war und gegen uns. Hätte er das am wenigsten verdient. Na toll, sind wir schon wieder voll. Müssen wir gleich schon mit Joey Co. den ganzen Kram mal austauschen. Nochmal alles von ihm nehmen. Alles miteinander reparieren. Alles mit sich selbst. Dann müssen wir wirklich alles bis zum Anschlag reparieren. Weil die Rüstung so verdammt schwer ist. Und die kriegen ja hier ein bisschen mehr als nur eine Rüstung. Oh Gott, wie soll ich das denn bloß tragen? Kein Zugang. Jericho, komm mal her. Nein, Stimpax darfst du behalten. So, den restlichen Kram noch. Gib mir auch mal diese Rüstung. Oh, Jericho mal wieder so zu sehen. Ist ja auch mal was ganz anderes. Jetzt auf jeden Fall erstmal diesen ganzen Kram miteinander reparieren. Die Power-Rüstung der Enklave ist schon richtig gut. Muss man schon sagen. Die hat 34. Unsere hat 45. Unsere ist dann doch noch besser. Aber ist ja auch die ganz besondere DLC-Rüstung, die wir da haben. Deswegen ist die so richtig, richtig gut. Ja, die Jagdlinke konnten wir dann doch nicht mehr reparieren. Aber Lasergewehre noch. Da konnte ich nochmal. Haben wir schon. Plasmagewehr. So, Schneidbrett kann auch noch weggeschmissen werden. So, Jericho, jetzt kriegst du erneut die Ausrüstung. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. So, dann... Was hat er jetzt an? Noch gar nichts. Aber jetzt hat er das an. Dann soll er mir nochmal eben den anderen Kram geben. Weil ich will jetzt wissen, ob diese Tester-Rüstung eventuell besser ist für ihn. Ich hab da jetzt nicht so sehr drauf geachtet. Na gut. Er hat ja fast alles. Dann beenden. Aber ich bin ja immer noch überladen. Das ist gar nicht gut. Oh Gott, das ist überhaupt nicht gut. Ciao. Ich würde sagen, dann werfen wir mal so Sachen weg, wie zum Beispiel den Hammer hier. Erstmal den Hammer. Der bringt nämlich nicht... Ja, 170 Pfeifen wir mal drauf. Aber hauptsache, wir haben die ganze Ausrüstung dabei. Die ist auf jeden Fall mehr wert. Bringt auf jeden Fall sehr viel mehr ein, so eine Enklaverrüstung. Gut, aber wir haben jetzt dezente Überlänge. Wir sind jetzt schon wieder am Ende einer Folge hier von Fallout 3, wo es heiß hergeht. Wir müssen weiter runter. Wir müssen fliehen. Die Enklave hängt uns im Nacken. Ich kann auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was essen. Das hier können wir noch mitnehmen. Und ich würde sagen, wenn euch diese Folge bis hierhin gefeinert hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Seid doch dann übermorgen dabei. Dann erfahren wir, wie es weitergeht. Und bis dahin. Tschüss.